Hey Leute, heute geht es bei mir um das Thema Lernen. Wie lernt das Gehirn überhaupt? Jede Erfahrung und jeder Gedanke hat eine Auswirkung auf unser Gehirn. Es wird dadurch entweder eine neue Nervenverbindung hergestellt oder eine existierende Verbindung gestärkt. Ihr könnt euch das in etwa vorstellen wie die Entwicklung eines Trampelpfads. Wird er oft benutzt, entwickelt sich daraus irgendwann eine Straße und später vielleicht eine Autobahn. Das hängt davon ab, wie oft dieser Pfad benutzt wird, aber auch mit den damit verbundenen Emotionen. Um das etwas zu verdeutlichen. Wenn man z.B. eine schlechte Erfahrung gehabt hat mit einem Hund. Die damit verbundene starke Emotion führt dann dazu, dass man sich dieses Ereignis ganz besonders gut merkt. Auch wenn man nun weiß, dass nicht jeder Hund beißt, ist der erste Gedanke, sobald man einen fremden Hund trifft, vielleicht doch eher ablehnend. Der Gedanke nimmt die Autobahn, die durch die schlechte Erfahrung angelegt wurde. Nur mit bewusstem Training kann man sich diesem Automatismus entziehen. Die bewusste Lenkung der eigenen Aufmerksamkeit bildet sozusagen einen Trampelpfad oder baut einen schon vorhandenen Trampelpfad weiter aus. Jetzt werden aber durch diese neu gebildeten Verbindungen die zukünftigen Gedanken, Handlungen und Interpretationen beeinflusst. Man kann also durch die bewusste Steuerung der eigenen Gedanken entscheiden, in welche Richtung und wie optimal man sich weiterentwickelt. Denn Talent wurde bis vor kurzem noch vollkommen überbewertet. Die Hirnforschung belegt, dass wir sogar bis ins hohe Alter neue Nervenverbindungen aufbauen können. Was heißt das fürs Lernen? Talent, Fähigkeiten und das Gehirn können bewusst weiterentwickelt werden. Das gelingt durch stetiges Wiederholen, auch wenn es mühevoll ist. Beschleunigen lässt sich dieser Prozess durch Begeisterung für das Thema. Also immer schön dranbleiben, denn nur Übung macht den Meister. Gut zu wissen ist vielleicht auch, dass nicht benötigte Verbindungen irgendwann auch wieder aufgelöst werden. Use it or lose it. Das gilt für Nervenbahnen genauso wie für Muskeln. Danke fürs Zuhören, das war Lukas zum Thema Lernen. Tschüss! Tschüss!